Zur Ausbildung kam ich mit meiner Mutter, sie ist auch in der Pflege, seit ca. 25 Jahren. Und auch durch meine Oma musste ich ehrlich sagen, ich hatte schnell damals nicht die Chance zu pflegen. Was mir nahe gegangen ist, habe ich dafür, mich in die Pflege zu holen. Ich habe es auch bis heute nicht bereut, macht Spaß, man kriegt auch ganz viel zurück von den älteren Menschen, Dankbarkeit, Beschätzung. Ach, da gibt es viel dazu, ein besonderes bei mir, zum Beispiel eine Dame, die sieht mich gar als ihren Enkel. So als Besuchsperson und heute freut sich jedes Mal, wenn ich dann komme, drückt mich auch nicht in den Arm. Man weiß, dass man es gerne macht. Leider ein wenig, ja, aber man nimmt sich das auch. Also ich nehme mir die Zeit, das tut mir einfach sehr, finde ich. Es tut den Bewohnern gut, es tut uns auch gut. Und ich glaube, fünf Minuten hat jeder, wenn man sich dann mal nach der Pflege macht, fünf Minuten hinsetzt, mal ein bisschen redet, dann sind wir auch glücklich zufrieden. Das geht schon.